Immer wieder kriege ich die Frage gestellt, Jonas, welches Mikrofon benutzt du eigentlich und wie bearbeitest du deine Stimme für den Recording-Block? Du hast gefragt, ich antworte. Wie bearbeite ich meine Stimme und wie nehme ich sie auf? Das soll heute mal unser Thema sein. Der eine oder die andere hat gefragt und deswegen möchte ich die Frage natürlich nicht unbeantwortet lassen und dir mal meinen Weg erzählen von meiner Stimme aus dem Mund, übers Mikrofon, den Pre-Amp bis in die DAW, die ich hier gerade aufgemacht habe. Aber du siehst, ich bin hier in Studio One 4 unterwegs. Das heißt, Version 4 ist mein treuer Diener. Ich arbeite zwar mittlerweile mit 5 und 6 natürlich, wenn ich andere Dinge tue, aber die Aufnahmen hier von meiner Stimme mache ich immer noch in Nummer 4. Das ist also praktisch, vor allem, weil ich mehrere DAWs dann gleichzeitig laufen lassen kann und Nummer 4 nimmt dann auf. Nummer 5 und 6 zeigen dann meine Mixe oder auch Logic und so weiter. Ich kann also in meinem Apple hier mehrere DAWs gleichzeitig betreiben und trotzdem über die Interfaces, über das Interface, was ich hier habe, das Apollo gleichzeitig aufnehmen und in einer anderen DAW abspielen und aufnehmen und so weiter. Also das ist auf jeden Fall multimäßig, multifähig muss man fast sagen. Aber kommen wir mal zu meinem Weg, wie die Stimme eigentlich aus meinem Mund rauskommt und dann im Rechner landet. Wir starten zuerst einmal mit dem Mikrofon. Das ist ein Headset von DPA, das DPA 6066 mit Kugelcharakteristik. Nicht mit Nierencharakteristik, weil ich da immer Probleme hatte mit Nebengeräuschen, wenn man mal so drangekommen ist. Aber Kugelcharakteristik geht in meinem Raum hier wunderbar. Ich habe ja hier relativ wenig Reflektionen, deswegen ist der Raum relativ trocken und eben auch die Aufnahme, die dann im Kugelmikrofon landet. Links übrigens zu allem, was ich hier heute an Equipment zeige, findest du unten in der Videobeschreibung, falls du mal reinschauen möchtest. Oder falls du mich mal mit einem Klick auf einen Affiliate-Link von Thomann zum Beispiel unterstützen möchtest. Auch das kostenlos für dich möglich und für mich ein kleiner Bonus, den ich mitnehmen kann. Das ist aber nur am Rande. Gehen wir nochmal durch die Kette durch. Also das DPA 6066 steckt hier in meiner Sendestrecke von Sennheiser. Das ist eine AVX-Sendestrecke mit einem Sender, der hinten an meinem Hosenbund dran ist. Ich habe mehrere davon, weil wir ja die Podcasts damit auch aufzeichnen. Und dann den Empfänger, der ist ganz klein und übersichtlich. Das Ganze läuft, dieser hier läuft glaube ich 14 Stunden mit dem Akku. Dieser hier läuft 4 Stunden mit dem Akku oder 5, also auch relativ lange. Kann man also sehr gut mit arbeiten. Und dieses Teil steckt jetzt hier mit seinem, kann man das sehen? Ja genau, steckt mit seinem XLR-Anschluss jetzt direkt in meinem 1073 Preamp von BAE. Ein Mikrofonvorverstärker, den ich natürlich auch für Vocal-Aufnahmen und so weiter und so fort nehme. Aber mit dem geht dann meine Stimme quasi, wird verstärkt und geht dann ins Apollo-Interface rein, wo nichts weiter damit passiert. Das Apollo schickt dann quasi die Aufnahme aus dem BAE direkt in meine DAW rein. Und das ist, ja, Studio One 4. Wer hätte es gedacht? Man kann auch mit alter Software gut arbeiten und die hat mich noch nie enttäuscht. Stürzt nicht ab, ist rock solid, wie der Engländer sagt. Von daher Studio One 4 auf jeden Fall das Mittel meiner Wahl. Aber was dich sicherlich interessieren wird, ist die Kette, mit der ich arbeite. Das heißt, wie prozessiere ich denn eigentlich meine Stimme? Wie klingt die Stimme unbearbeitet und wie klingt sie dann hinterher bearbeitet? Wie sie bearbeitet klingt, das hörst du jetzt gerade schon, weil das Ganze ja natürlich auch wieder aufgenommen wurde und durch die Kette läuft. Übrigens jetzt parallel gerade in Studio One 5 was aufnimmt, damit ich dir das hier in meiner Originalaufnahme-Software zeigen kann. So, jetzt also starten wir mal. Meine Stimme nicht aufbereitet klingt wie folgt. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video hier im Recording-Blog Adventskalender, in dessen rahme ich dir ja bis Weihnachten jetzt. Okay, sehr leise und der Klang der Stimme ist jetzt nicht optimal, aber da arbeiten wir da dran. Deswegen habe ich ja meine Kette hier aufgemacht. Also, das erste Plug-in in meiner Kette ist der Gain-Aim, ein Leveler von unserem Partner übrigens hier auch, vom Präsentator hier im Adventskalender von Noiseworks und der Leveler macht folgendes. Ich mache ihn mal auf Bypass und dann kannst du hören, was passiert. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video hier im Recording-Blog Adventskalender, in dessen rahme ich dir ja bis Weihnachten jetzt jeden Tag ein neues Video präsentiere und auch ein Gewinnspiel, an dem du teilst. Die lauten und leisen Teile werden angeglichen. Das heißt, die leisen Teile werden ein bisschen hochgeholt, die lauten ein bisschen leiser gemacht. Ist kein Kompressor, sondern ist ein Leveler. Was das genau auf den Hacken hat quasi, habe ich dir schon mal in einem Video erklärt. Das verlinke ich dir am Ende des Tages mal, am Ende dieses Videos auf jeden Fall mal. Der Leveler soll auf jeden Fall dafür sorgen, dass die lauten und leisen Teile von meiner Stimme schon mal an sich ausgeglichen werden. Was ich bei einem Popsong vielleicht händisch machen würde, weil ich da mehr Kontrolle habe. Aber bei den Videos ist das einfach nicht machbar, einfach nicht händelbar und für einen Podcast erst recht nicht. Deswegen, der Gain Aim leistet wunderbare Dienste. Aber auch bei einem Popsong mittlerweile bin ich da auch faul geworden. Das heißt, da setze ich den mittlerweile auch ein. Übrigens, im Rahmen des Gewinnspiels vom Adventskalender gibt es auch ein paar Lizenzen hier zu gewinnen. Falls du also noch ein bisschen warten möchtest mit dem Kauf von einem Gain Aim, kannst du auch am Gewinnspiel teilnehmen, indem du unten einen Kommentar unter eins der Videos hier im Adventskalender drunter schreibst. Gain Aim, das erste Plugin in meiner Kette. Gehen wir mal weiter, dann kommt ein Equalizer. Ich arbeite normalerweise nach dem Prinzip, dass ich die Probleme angehe, die ich gerade höre. Und so ist dann auch meine Kette entstanden, mit der ich meine Vocals bearbeite. Also erstmal der Gain Aim, um die Dynamik ein bisschen auszugleichen, die lauten und die leisen Teile anzugleichen. Dann ist mir aufgefallen, dass die Stimme nicht so klingt, wie ich sie mir vorstelle. Also bin ich mit einem Equalizer rangegangen. Das ist hier der eingebaute Equalizer von Studio One. Und der macht aus dem Signal folgendes. Wir starten mal von vorne. Und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video hier im Recording-Blog Adventskalender. In dessen rahme ich dir ja bis Weihnachten jetzt. Räumt also die Stimme deutlich auf. Wir gucken mal rein, was hier passiert. Wir haben hier einen Low-Cut. Dann haben wir Absenkungen hier bei 300 Hertz. Dann haben wir Absenkungen hier bei 650 Hertz. Und was haben wir hier oben? Noch eine leichte Anhebung für die Präsenz, sodass die Stimme ein bisschen klarer klingt. Und insgesamt nochmal den AB-Vergleich. Das bringt es also wirklich schon nach vorne ohne. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video hier im Recording-Blog Adventskalender. In dessen rahme ich dir ja bis Weihnachten jetzt jeden Tag. Also klare Stimmverbesserung auf jeden Fall. Du siehst also die Aufnahme von dem DPA 6066 ist, obwohl es ein Hochklasse-Mikrofon ist, auch nicht direkt out of the box. Perfekt. Von daher Equalizer-Einstellung hier für meine Stimme angepasst. Und jede Stimme ist ja nun mal anders. Deswegen der Equalizer. Gehen wir weiter. Als nächstes Breath Control von Isotope. Isotope RX, das Paket, sorgt dafür, dass meine Stimme, immer wenn ich mal Luft hole, dass sie ein bisschen abgesenkt wird. Und ich kann dir mal zeigen, wie das arbeitet. Ich hoffe, dass hier ein paar Atmer dabei sind. Ein neues Video präsentiere und auch ein Gewinnspiel, an dem du teilnehmen kannst. Alle Informationen dazu nochmal in diesem Video hier oben. Haben wir es gerade gesehen. Ein Ausschlag. Meine Atmer werden dann erkannt und ein kleines bisschen leiser gemacht. Weil wenn ich längere Strecken spreche, dann muss ich immer Luft holen. Dann kann das schon mal dazu führen, dass die Atmer zu laut sind und die werden dann von Breath Control quasi kontrolliert. Nächstes Plugin in der Kette. Mein letzt verbliebenes Waves Plugin, was ich noch benutze. Der MV2. Der MV2 ist im Prinzip eine Art Dynamik Tool, das auf der einen Seite komprimiert und auf der anderen Seite die leisen Teile anhebt. Deswegen auch nur zwei Knöpfe. Habe auch schon mal ein Video dazu gemacht. Hier werden die lauten Teile um 3 dB abgesenkt. Die leisen Teile sollen um 2 dB nochmal angeglichen werden, nach oben geholt werden. Das heißt, einmal noch eine weitere Ergänzung für den Gain Aim, sodass die Dynamik von meiner Stimme noch mehr eingeschränkt wird. Damit ich immer die Möglichkeit habe, auch wenn mal Musik läuft, mit meiner Stimme oberhalb der Musik zu bleiben, damit du mich immer gut verstehen kannst. Das heißt, hier der MV2 als nächstes Plugin. Und dann kommt ein klassischer Kompressor, der 1176 von Universal Audio in diesem Fall, der auch nochmal komprimieren soll. Ich lasse mal laufen, damit du sehen kannst, was er macht. Hier oben verlinkt, kannst du nach diesem Video nochmal reinschauen. Software-Drummer sind eine ganz spezielle Kategorie, denn im Gegensatz zu anderen Instrumenten, wie vielleicht Gitarre, Stimme oder selbst einem Piano, sind es... Das ist die AE-Variante hier vom 1176. Der ist hier mit 2 zu 1 Ratio ausgeliefert worden. Normalerweise sind 1176 ja mit 4 zu 1 mit der ersten Einstellung diese hier mit dem 2 zu 1 Setting. Dann eine mittlere Attack-Zeit mit gar nicht so schnellen Release-Zeit. Und dann ist es, du hast es gemerkt, auch ein bisschen lauter geworden. Es komprimiert dann hier um 7 dB. Ich bin jetzt aber nicht so pingelig beim Output gewesen, weil ich ja insgesamt sowieso meine Stimme noch lauter machen wollte. Deswegen habe ich jetzt hier nicht dafür gesorgt, dass die Stimme genauso laut rausgeht, wie sie reinkommt. Aber das ganze Ding komprimiert nochmal so 5 bis 7 dB. Ganz charmant mit 2 zu 1 Verhältnis. Klingt also wirklich fantastisch, finde ich. Sind es ja nicht Instrumente, die aus einer einzelnen Quelle stammen, sondern die sich aus verschiedenen Quellen zusammensetzen. Wenn man möchte, ein Schlagzeug besteht ja nicht nur aus einer Trommel, sondern aus mehreren Trommeln. Diese Trommeln werden ja dann erst... Dann geht es weiter mit einem Klassiker, der bei mir auf jeder Stimme drauf ist. Maus D-Click. Oder wenn du das Isotope RX Elements Paket haben solltest, geht auch D-Click. D-Click sorgt dafür, dass die ganzen Schmatzgeräusche aus meinem Mund, die so beim Bewegen der Zunge und beim Sprechen so passieren, dass die rausgenommen werden. Es gibt Leute, die da sehr empfindlich sind. Da gibt es auch einen Fachbegriff für den, den ich aber vergessen habe. Wenn er dir noch einfällt, dann schreibe ihn mal gerne unten in die Kommentare rein. Jetzt nur so viel. Du kannst hier mal beobachten, wie viele Klicks hier rausgerechnet werden. Wenn ich das Plugin... Ich mache es mal direkt an, damit wir es mal direkt sehen können. Hören kannst du es eigentlich nicht wirklich, nur wenn du dich darauf konzentrierst. Aber es macht einfach wundersame Dinge, indem es die ganzen Mundgeräusche von meinem Mund rausrechnet. Und hier wird es angezeigt. Dann erst zu einem gesamten Instrument zusammengesetzt. Bei einer normalen Aufnahme wären das dann zum Beispiel einzelne Aufnahmen für Bassjumps, Snare, Overheads und so weiter und so fort. Ein faszinierendes Plugin, das wirklich total unauffällig ist. Einfach macht, was es soll und einfach danach klingt alles besser. Also würde ich jedem empfehlen, auch bei Gesangsaufnahmen mit Mouth die Click einmal drüber. Dann sind die ganzen Schmatz- und Mundgeräusche weg. Vor allem, wenn man zu wenig getrunken hat, so wie ich das meistens mache. Oder wenn man zu viel Kaffee getrunken hat, so wie ich das meistens mache. Dann kann man damit auch die Stimme schön aufräumen. Nach Mouth die Click gehen wir in den Coral Baxter. Ein kostenloser Bex-EQ, der meine Stimme nochmal ein kleines bisschen formen soll und unter anderem hier mit diesem Pre-Schalter ein bisschen Saturation reinbringt, um die Stimme noch ein bisschen kerniger klingen zu lassen. So nenne ich das gerne. Eine Einstellung ist wie folgt, ein kleiner Low-Cut hier rein nochmal. Dann haben wir hier eine Absenkung von anderthalb dB bei 230 Hertz. Das ist so der Bereich, wo der Nahbesprechungseffekt stattfindet. Und dann auf der rechten Seite haben wir hier noch eine Anhebung oberhalb von sieben Kilohertz, damit die Stimme noch ein bisschen präsenter ist. Und das war es dann auch schon. Auch den mache ich mal aus und an. Machen wir erstmal aus. Bei dem Software-Jummer kommt das Ganze aus einer Quelle. Das heißt, liegt auch auf einer Stereospur. Und ich habe hier mal zwei Software-Jummer aufgemacht. Ich habe einmal die Addictive Drums hier offen und einmal den Jammer von Logic. Und beiden gemein ist, dass man einen gewissen Einfluss auf die... Und ich habe schon Höhen ein bisschen angehoben. Und was natürlich jetzt das nächste Problem ist, was mir dann aufgefallen ist in der Kette der Bearbeitung, ist natürlich die S-Laute sind ab vorne gekommen. Dafür habe ich dann von FabFilter den Pro DS genommen. Den habe ich jetzt schon etwas länger in der Kette und auch nicht ausgetauscht. Du hast ja vielleicht neulich das Video gesehen, wo ich über den Sonable-DSer gesprochen habe. Den Smart-DS, den hätte ich jetzt hier auch nehmen können. Aber die Kette habe ich schon seit längerem nicht mehr angefasst. Also die letzte Änderung war, glaube ich, der Gain-Aim, der reingerutscht ist in die Kette. Deswegen ist der Pro DS noch drin. Aber es ist ja auch ein guter DSer, der einfach nur das machen soll, wofür er programmiert wurde. Nämlich die S-Laute rausnehmen. Hören wir die Stelle nochmal. Ich mache ihn mal direkt an. Drums hier offen und einmal den Jammer von Logic. Und beiden gemein ist, dass man einen gewissen Einfluss auf die Trommel nehmen kann und auf die Sounds nehmen. Wenn ich mal hier auf den Software-Drammer draufklicke, siehst du, dass ich hier verschiedene... So, da hast du es jetzt gerade schon gehört. Eine Bearbeitung, die ich normalerweise auch mache, unabhängig von meiner Kette. Hier vorne ist ein Sound unten abgespielt worden. Hier, warte mal, hier auf einer zweiten Spur wird ja meine Musik aufgezeichnet. Wenn du hier siehst, ist ein Sound abgespielt worden. Und ich achte normalerweise darauf, dass meine Stimme dann weggeschnitten ist. Ich arbeite ja nicht mit Kopfhörern, wenn ich hier in den Videos bin oder in den seltensten Fällen mit Kopfhörern. Und weil die Lautsprecher ja auch ihren Sound in mein Mikrofon reingeben, schneide ich das in der Regel frei, wie du hier sehen kannst. Kleiner Fade-In, Fade-Out rein. Und dann kann ich hier nämlich den Sound hier freischneiden. Das mache ich in der Regel bei jedem Video, auch bei den längeren, teilweise auch bei den vier, fünf Stunden Videos, wo ich wirklich alles händisch freischneide und dafür sorge, dass es wirklich bestmöglicher Sound bei dir ankommt. Ist ja auch ganz wichtig. Deswegen gibt es hier keine Phasenverschiebung oder sonst was. Du siehst hier, mein Mikrofon hat hier ja auch was aufgenommen, was hier drauf ist. Das soll aber nicht bei dir in den Ohren landen. Deswegen habe ich das hier rausgeschnitten. Das nur am Rande. Das ist also die kleine Fleißarbeit, die ich normalerweise habe, wenn ich Videos habe. Aber wir waren stehen geblieben beim Pro DS. Und der Pro DS ist dann das vorletzte Plugin in meiner Kette. Denn die Stimme ist noch nicht laut genug. Deswegen benutze ich als finales Tool noch einen Limiter auf meiner Stimme. Und damit gehe ich dann quasi raus. Der Limiter macht jetzt nochmal 3 dB drauf. Ich mache den mal auf Bypass. Wir hören nochmal von vorne. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video hier im Recording-Blog Adventsgelände. In dessen Rahmen ich dir ja bis Weihnachten jetzt jeden Tag ein neues Video präsentiere und auch ein Gewinnspiel, an dem du teilnehmen kannst. Alle Informationen dazu nochmal in diesem Video hier oben verlinken kannst du nach. Du siehst, das Signal kommt schon relativ gleichmäßig hier rein. Der Limiter muss also dementsprechend auch nicht mehr so allzu viel machen. Ich habe es also geschafft mit dem Gain-Aim, mit dem MV2 und mit dem Kompressor meine Stimme schon so weit dynamisch einzuschränken, dass der Limiter nur noch die Peaks abfangen muss, um das ganze Ding laut zu machen. 1,2, 2, manchmal auch 3, manchmal auch wenn es laut wird, 5 dB. Aber es ist meistens unhörbar. Und hier ist dann eine Anhebung von 3 dB nochmal drin, die dafür sorgt, dass meine Stimme dann auch wirklich konkurrenzfähig laut ist und sich auch gegen Musik durchsetzen kann. Das Ganze geht dann noch auf den Hauptbus. Auf den Hauptbus ist aber tatsächlich nur ein Limiter drauf, der hier nochmal dafür sorgen soll, dass hier keine True Peaks durchgehen. Der steht auf Minus 1 Output, also Minus 1 dB True Peak, sodass hier keine Anhebung mehr stattfindet und gar nichts mehr im Prinzip in der Bearbeitung, sondern nur nochmal ein Sicherheitslimiter, der hier mit Oversampling arbeitet und dafür sorgt, dass der Sound auf keinen Fall übersteuert oder verzerrt bei dir ankommt. Denn wir wollen ja den bestmöglichen Sound hier im Recording-Blog haben. Und so ist meine Kette dann quasi dann. Ich mache nochmal aus und nochmal an, damit du nochmal den Unterschied hören kannst. Also alles aus. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Moment, alles aus. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video hier im Recording-Blog Adventskalender, in dessen Rahmen ich dir ja bis Weihnachten jetzt jeden Tag ein neues Video präsentiere und auch ein Gewinnspiel, an dem du teilnehmen kannst. Alle Informationen dazu nochmal in diesem Video hier oben verlinkt. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem. So viel zu meiner Kette vom Mikrofon, also vom Mund übers Mikrofon, über die Sendestrecke hier, die AVX von Sennheiser, über den Pre-Amp, den 1073 und dann ins Apollo, dann in meine Kette, die ich dir gerade gezeigt habe. Du siehst, der Aufwand ist nicht unerheblich, aber nichtsdestotrotz eine Kette, die ich mir über die Jahre erarbeitet habe, die immer mal so ein kleines bisschen variiert, aber dafür sorgt, dass meine Stimme bestmöglich in meinen Ohren, auf jeden Fall bestmöglich bei dir ankommt. Und wenn du jetzt mal wissen möchtest, wie du jeden Kompressor ganz easy für deine Stimme einstellen kannst, dann empfehle ich dir als nächstes dieses Video. Da sehen wir uns dann bis die Tage. Mach's gut und Yassu!